Kategorie Platzhirsch Platz Nummer 2 Siva Online GmbH Wir haben 2012 gegründet, zu zweit der Jochen und ich machen seit dem Zeitpunkt eigentlich Online Lösungen, Digitallösungen mit Typo3, Magento, PrestaShop, Online Shop Systeme, Portallösungen für unsere großen Industriekunden, aber auch für viel kleinere, regionalere Kunden. Also wo wir sicher einen großen Schwerpunkt haben, sind einfach Industriekunden im B2B-Bereich oder öffentliche Kunden oder Kunden, die ein Nahverhältnis zu öffentlichen Einrichtungen haben. Also wir haben Ministeriumskunden in Wien genauso wie Teile vom Land Oberösterreich oder halt große Industriekunden und da kommt uns natürlich der Standort in Oberösterreich sehr zugute, wo wir wirklich eigentlich über einige Jahre jetzt schon einen kleinen Schwerpunkt haben und wo wir unsere Kunden wirklich sehr, sehr gut verstehen und wo wir wirklich auch tolle Lösungen umsetzen. Das ist unser Hashtag da herinnen. Es füllen sich alle bei uns zum Sexiest Office mit zugehörig, auch die Damen sozusagen. Also es ist keinsterweise irgendwo Sexistisch oder Sonstiges. Wir versuchen einfach sexy im positiven Sinne zu sein, sprich sexy im Bereich der neuen Lösungen, der innovativen Lösungen, der guten Ideen. Das ist für uns sexy sozusagen und das versuchen wir auch zu leben und damit auch mit einem leichten Augenzwinkern der Hashtag Sexiest Office. Bis zum nächsten Mal.